Also ich glaube, wenn man meine Reaktion nach dem Meppenspiel gesehen hat, dann glaube ich da noch dran. Mir ist natürlich bewusst, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist. Aber ich bin doch sehr optimistisch unterwegs, frage mich nicht warum. Es ist das letzte Spiel von Potsdam in der ersten Liga. Da können, glaube ich, vielleicht hoffentlich noch mal Kräfte freigesetzt werden, die vielleicht Bayern zum Stolpern bringen. Grundsätzlich hat Bayern natürlich den Druck, unbedingt punkten zu müssen. Im Fußball weiß man ja manchmal tatsächlich nie, was so passiert. Aber Fakt ist natürlich auch, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben machen müssen. Natürlich würde ich mich darüber auch freuen. Das kann ich jetzt nicht leugnen, muss ich sagen, gerade auch. Was die Vergangenheit angeht, ich bin schon ziemlich lange jetzt in der Bundesliga unterwegs. Gehöre ja eigentlich immer zur Stürmerin, aber habe irgendwie nie im Sturm gespielt in der Liga. Und von daher freut es mich dann natürlich schon, falls es dann so weit kommen sollte. Aber grundsätzlich würde ich lieber den Meistertitel feiern als die Torjägerkanone. Die kann dann auch von mir aus gerne nach München gehen. Ich bin ja auch immer, weil ich das jetzt in der Liga komme. Vielleicht ist das so weit kommen muss. Wie ist das so weit kommen? Wie ist das so weit kommen?